Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs aufdrücken. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Drückt auf. Drückte auf. Halt aufgedrückt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich drücke auf. Du drückst auf. Er drückt auf. Wir drücken auf. Ihr drückt auf. Sie drücken auf. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich drückte auf. Du drücktest auf. Er drückte auf. Wir drückten auf. Ihr drücktet auf. Sie drückten auf. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe aufgedrückt. Du hast aufgedrückt. Er hat aufgedrückt. Wir haben aufgedrückt. Ihr habt aufgedrückt. Sie haben aufgedrückt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich drückte auf. Du drückest auf. Er drückte auf. Wir drücken auf. Ihr drücket auf. Sie drücken auf. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich drückte auf. Du drücktest auf. Er drückte auf. Wir drückten auf. Ihr drücktet auf. Sie drückten auf. Den Schluss macht der Imperativ. Drücke auf du. Drücken auf wir. Drückt auf ihr. Drücken auf sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb aufdrücken. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Ich drückte auf.